Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Sein International 844 hat nun bald 30 Jahre auf dem Buckel. Und läuft und läuft und läuft. Hey! Scheiße. Meistens jedenfalls. Scheiße, was wollt ich? Bauer sucht Gang. Ist dahinter wieder einer? Ja, los, mach mal. Fahr mal vorbei. Scheiße, will ich den Arsch da? Stopp da wieder einer. Wäre ich doch den Liter Berg umgefahren. Damit, Scheiße. Er läuft so zurück, Mensch. Er läuft zurück, die Schweine. Jetzt nur die Nerven behalten. Was hab ich noch nie gehabt? Komm, bleibt noch was. Geschafft. Hermann gibt nicht auf. Hallo. Das war nicht klar, oder? Keine Zeit für große Begrüßung. Hermann muss sich ranhalten. Hallo. Hallo. Mach mal hier vorne zwei und hinten drei drauf. Grüß dich. Hier zwei drauf. Ja. Und hinten drei. Ja, okay. Kein Unterlenker schleifen hier. Den muss man höher machen. Der geht nur mal hoch. Die Dallung ist nicht so gut. Die Berg mit voicem. Und mit vocem. Oh, Alter. Die Dallung ist voll. Die Dallung ist voll. Voll machen. Dann war man nicht ganz voll. Ne? Ja. Die Dallung ist voll. Und noch? Ich bin ziemlich nach. Getrocknete Zuckerrüben. Für seine Kühe will Hermann 1A-Qualität. Hier ist noch der beste Boden, der zweitbeste Boden von Deutschland hier in dieser Gegend. Oder er gibt noch, aber...